Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio begrüße euch und freue mich, dass ich wieder die ÖPNV News moderieren darf. Schön, dass ihr wieder da seid. Ein paar Themen sind zusammengekommen. Es ist nicht viel, aber immerhin wahrscheinlich schlafen die Entwickler noch oder haben vielleicht was Besseres zu tun. Wir wissen es nicht, aber wie gesagt, die Themen, die wir haben, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und damit beginnt's mit den ÖPNV News. Fangen wir direkt mit OMSI 2 an, denn hier wurde ein neues Projekt auf Facebook angekündigt. Projekt Essen. Die Entwickler Projekt Essen. Hier entsteht eine neue Karte für OMSI 2 Essen mit Linienauswahl in der Version 1. Die Linie 101, 106 von Thyssenkrupp nach Berge-Borbeck-Bahnhof. Die Linie 109 von Thyssenkrupp nach Essen-West. Die Linie 106 von der Helenenstraße nach Essen-West. Und es gibt einen Schienenersatzverkehr, der von Berge-Borbeck-Bahnhof zum Berliner Platz fährt. Weitere Bilder gibt's natürlich auf der Facebook-Seite. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das OMSI 2 Addon Köln wurde dauerhaft im Preis gesenkt. In diesem Addon für OMSI 2 fahren sie auf einer der meistgenutzten Buslinien Kölns. Es ist eine interessante und abwechslungsreiche Strecke. Man fährt sowohl durch den großstädtischen Raum der Innenstadt mit seinen bekannten Bauwerken bis hinaus in die ländlichen Randgebiete Kölns. Die Download-Version, die vorher 29,95 Euro gekostet hat, kostet jetzt 19,95 Euro. Und die Box-Version, die vorher 29,99 Euro gekostet hat, kostet jetzt 19,99 Euro. Werdet ihr euch das Addon jetzt kaufen? Dadurch, dass ihr jetzt 10 Euro sparen könnt, schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Es gibt wieder Neuigkeiten rund um das OMSI 2 Addon. Landeshauptstadt München, welches bereits natürlich schon erschienen ist. Die Entwickler arbeiten aber immer noch stark an ihr Projekt und veröffentlichen das Ganze komplett kostenlos. Jetzt ist wieder was Neues aufgetaucht mit inklusive diesem Bild, welches sehr interessant ausschaut. Ein Text steht ebenfalls da darunter. Unter anderem, liebe Unterstützer, an bei Nacht-Screenshots von der Haltestelle Parkstadt Dagelfing, der geografischen Mitte unseres Projekts Linie 182. Sie bildet unser Stadtteilzentrum im sogenannten Stadtentwicklungsgebiet Nordost, das die Stadt München zurzeit entwickelt. Wir realisieren dabei unsere eigenen Planung und wollen alle interessierten Unterstützer schon bald mitdrehen und mitgestalten lassen. Der Fokus der Entwicklung liegt in den nächsten Wochen auf den Ebusco. Eine KI-Variante sowie fahrbare Alpha-Variante mit Repaints ist vorgesehen. Da der Ebusco unser erster fahrbarer Bus werden soll, den wir entwickeln, suchen wir immer dankend die Hilfe und das Know-how der OMSI-Community. Deswegen auch einen großen Dank an alle, die bisher an unserem Projekt mitgewirkt haben, darunter Beta-Tester, Entwickler anderer Maps und Fahrzeuge, OMSI-Fans und viele mehr. Beste Grüße aus München. Den Facebook-Eintrag verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Schaut es da am besten mal vorbei, falls euch das Ganze interessiert und ihr gerne mehr sehen wollt davon. Es gibt wieder ein neues Beta-Update für The Bus, jetzt in der Version 1.9. Allerdings, wie gesagt, ein Beta-Update, welches jetzt unter anderem folgendes gefixt und neu hinzufügt. Einfrieren des Spiels wurde behoben, das manchmal beim Aussteigen passierte. Einige Fehler im neuen Einstellungsmenü wurden behoben. Newsfenster im Hauptmenü wurde hinzugefügt. Lenkradassistent und Zurücksetzen-Funktion im neuen Einstellungsmenü hinzugefügt. Alternative Mauchsteuerungsoberfläche für den MAN-Line zu DDD wurde hinzugefügt. Fehler behoben, der dazu führte, dass man in einigen Kamerapositionen nach Rechtsklick keine Tasten auf der Armatur drücken konnte. Die Sitzposition für den MAN-DD wurde angepasst. Korrektur von Level-Art-Grafiken. Umbau der Baustelle unter den Linden. Neues Berliner Schloss wurde hinzugefügt und Leistungsverbesserung. Den vollen Chain-Shack packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Schaut es da am besten mal vorbei, falls euch das Ganze interessiert. Auch der HMM Symmetro-Simulator hat ein neues Update bekommen, welches recht überschaubar ist. Denn man hat sich hier ausschließlich um die Performance gekümmert. Einen vollen Chain-Shack packe ich euch unten in die Videobeschreibung, falls euch das Ganze interessiert. Wir selbst wollen uns ja den Simulator selbst nochmal angucken. Allerdings warten wir noch auf das passende Angebot. Und dementsprechend, falls ihr das Spiel habt und ihr gerne mal das Ganze testen wollt, das Update wird natürlich automatisch runtergeladen. Und ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare posten, ob ihr von diesem Update was gemerkt habt. Ebenfalls ein neues Update hat Train-Crew Prolog erhalten, welches natürlich automatisch im Steam runtergeladen wird. Das größte Highlight sollte hier wohl sein, dass die CG-Modells jetzt geupdatet wurden von dem 5320, 53.0 und der 43er-Serie. Den vollen Chain-Shack findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut es da am besten mal rein, falls euch das Ganze interessiert. Wir selbst haben uns das Spiel ja schon angeguckt und fanden das gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr auf Danger to Go steht, dann solltet ihr dieses Spiel definitiv euch mal anschauen. Es gibt ebenfalls noch eine kostenlose Variante davon. Wie gesagt, einfach mal zum Testen könnt ihr euch das Ganze runterladen. Die Links, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Du wolltest schon immer ein ÖPNV-News-Regertur oder 10 News-Regertur werden, aber wusstest nicht wie, dann ist es jetzt deine große Chance gekommen. Du musst nur eine Bewerbung an Discord oder per E-Mail schreiben. Du kriegst eine kostenlose Schulung, wie man das News-Dokument bearbeitet, schreiben tut und so weiter. Ihr könnt dann eine Bewerbung schreiben, also ein Discord, ein Ticket ziehen bei Bewerbung und ihr schreibt einfach an uns eine E-Mail. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser News angekommen. Ach, so schnell kann es gehen. Aber wie gesagt, es ist aktuell relativ ruhig, so in der News-Szene. Aber wie gesagt, ein, zwei Themen haben wir ebenfalls noch zusammenbekommen. Eine kleine Werbung hier noch meinerseits. Schaut doch am besten mal bei uns im Spotify vorbei, denn unsere Podcasts kommen immer mittwochs, wenn natürlich alles gut geht und die Folgen natürlich auch freigeschaltet werden. Denn dann könnt ihr immer mittwochs euch die neueste Podcast anhören, die ich und Hobby vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Gast hier immer so ein bisschen was zu bequatschen haben. Gerade was auch so rund um die ÖPNV-News ist. Also wenn ihr mehr von den ÖPNV-News hören wollt, unsere Meinung zum Beispiel dazu, dann wie gesagt unbedingt mal in die Podcast-Reihen hören. Aber ihr wollt vielleicht, egal, keine Podcasts hören, sondern ihr wollt lieber ein bisschen Merchandise-Zeugs. Dann wie gesagt, guckt doch mal bei uns in den Merchandise-Shop rein. Denn in den nächsten Wochen könnte vielleicht so eine ein oder andere neue Kollektion erscheinen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt und vielleicht den einen oder anderen Talatalers. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch natürlich noch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns dann hoffentlich zu der nächsten ÖPNV-News hier auf ÖPNV-Simulationen wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Okay. Okay. Und, um, Ich heiße, und ein unterschiedlicher stayed mit dem Louisiana im attracted ton. Okay. Vielen Dank.